und sie ist leute und herzlich kommt zu einem neuen video bei mir auf den kanal ja und heute gibt es ein kleines setup video denn ja von 800 auf 900 abonnenten ist das ziemlich schnell gegangen und ja ich habe keine exotischen englager gehabt und ihr seht jetzt hier zirka das ist ein bisschen verschoben wir haben 901 abonnenten glaube ich auf meinen kanal danke auf jeden fall für die unterstützung von euch und ihr seht jetzt halt mein setup video wie ich zock hier ist mein mikrofon das sc 440 usb dann seht ihr noch meine kontrolle hinten hier die haupt park mein aufnahmegerät ich habe das alles angeschlossen derzeit auf meinen laptop hier seht ihr meinen pc schirm plus drucker halt und hier jetzt unten seht ihr gleich meinen stand pc den ich derzeit nicht betreibe weil das ein ziemlich alter ist der kommt in den nächsten ein zwei monate wieder ausgetauscht mit einem high end pc dann kann ich über den streamen und beziehungsweise ich kriege eventuell auch eine gute internet leitung mal schauen ich habe hier die playstation 4 am boden stehen denn ich habe mir eine halterung gemacht ja mit playstation 3 und playstation 4 die seht ihr gleich und ja hier ist meine box und hier ist eben die halterung hier oben mit der playstation 4 aber die rennt ziemlich heiß die playstation wenn sie da drin ist deswegen habe ich jetzt am boden stehen hier unten habt ihr auch noch den hdmi splitter gesehen ja und das ist mein zockerreich das ist ein ganzer schreibtisch mit links habe ich noch eine arbeitsfläche für halt schulsachen und ja das war's ich hoffe es hat euch gefallen damit ihr seht zirka wie ich zock ein kleines faq video werde ich machen wenn ich 1000 abonnenten habe also wenn ihr schon fragen geht schon habt schreibt sie mir bitte unten in die kommentare so ok das war's ja schon wieder mit dem video von mir lassen leichter wenn es euch gefallen hat und abonniert für mehr destiny videos danke tschüss euer schau6 schau6